Hi, hallo, servus und grüß dich. Mein Name ist Christina. Ich bin online besser bekannt als Germanista und ich bin deine Deutschlehrerin. Ich freue mich, dass du da bist. Heute ist Mittwoch und wie jeden Mittwoch gibt es heute ein Lernvideo für euch. In diesem Fall geht es um ein Thema, es hat mit Energie zu tun und es hat mit Schülern aus einer Schule in Wien zu tun. Das Thema hat mit Stromversorgung zu tun. Ich habe den Artikel gefunden auf der wienerzeitung.at und der Artikel stammt vom 20.11.2021. Wir lesen einfach gemeinsam diesen Text und ich werde euch dabei helfen, die Grammatik und die Wörter zu verstehen. Wir legen los! In einer Diplomarbeit entwickeln fünf HTL-Schüler ein wasserstoffbasiertes Stromerzeugungssystem. Wir schauen kurz nach. Man bringt die Energie vom Sommer, Dativ, in den Winter, Akkusativ, weil wir haben hier eine Bewegung. Eine Diplomarbeit ist normalerweise eine Masterarbeit, kann aber an höheren Schulen in Österreich auch eine Abschlussarbeit sein. Die höhere Schule, bei der es sich heute handelt, ist die HTL. Das ist die Höhere Technische Lehranstalt und in Österreich ist das eine berufsbildende, höhere Schule mit einem technischen oder einem gewerblichen oder einen kunstgewerblichen Ausbildungsschwerpunkt. Und der Schwerpunkt ist der Fokus und gewerblich bedeutet Commercial. Okay, so. Sie haben etwas entwickelt, also zu develop und Wasserstoff haben wir hier auch aufgeschrieben. Unter Wasserstoff verstehen wir Hydrogen und auf diesem basiert to be based on das Stromerzeugungssystem. So etwas erzeugen ist to produce oder herstellen. Und Strom ist der Electricity. Eine der brennendsten Fragen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, im Speziellen der Photovoltaik, ist jene, wie sich die vor allem während der Sommermonate produzierte Energie speichern lässt, um sie auch im Winter zur Verfügung zu haben. Ein Team der HTL Rennweg in Wien, bestehend aus fünf Schülern, steht diesbezüglich vor einem Meilenstein. Die Lösung lautet Powerpaste. Sie ist ein vom Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung, IFAM, entwickelter Wasserstoffspeicher, der in dem System der Jugendlichen das Kernelement bildet und unabhängig von Wind und Wetter jederzeit die Herstellung von Energie ermöglicht. So eine der brennendsten Fragen. So that means one of the like burning questions of also of the future, of the new generations. Eine der brennendsten Fragen. Hier gibt es einen Genitiv. Und im Zusammenhang in the Connection, im Kontext, with renewable energy. Und im Speziellen, hier mit Dativ, speziell is special, in special, or in the special focus on this Photovoltaik, ist jene, hier beziehen wir uns auf die Frage, ist jene Frage, wie sich vor allem, vor allem, hier haben wir wieder Dativ, während der Sommermonate, während eines Sturmes, während der Regenzeit. Wir haben hier wieder Genitiv. Und wie man diese Energie speichern kann, so to store it, or how it's possible to let it be stored, sich speichern lassen. Und um es im Winter zur Verfügung zu haben, also die Verfügung habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber die Verfügung ist availability, to be available. Das Team der HTL, okay, the team of this school, bestehend aus, is consisting of, or is consisting out of, so, steht diesbezüglich, sie stehen vor einem Meilenstein, Meilenstein ist der Milestone, entstehen vor, so, they are close by, reaching this Milestone. Es geht weiter, so, die Lösung, die Lösung lautet, the solution is named, or is called, lauten. Und das Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik, Fertigungstechnik, die Fertigungstechnik ist Production Engineering und befindet sich in München. Okay, und dieses Institut hat auch mit Fertigungstechnik und angewandter Materialforschung zu tun, so Applied Material Research. Und sie, also, sie haben da etwas entwickelt, und zwar einen Wasserstoffspeicher, und zwar diese Paste, und das bildet das Kernelement von dieser Erfindung der jungen Leute. Unabhängig, so ist independent of, wind and weather, und jederzeit, every time for the production, die Herstellung of energy, it's possible, ermöglicht, es ist möglich. So, die Werbung kommt mal weg, ich brauche dringend einen Adblocker, das muss ich, glaube ich, unbedingt installieren. Im Sommer wird, da der Tag so lange ist und es viel Licht gibt, durch Solarpaneele viel zu viel Energie produziert. Entweder wird diese verschwendet, weiterverkauft oder ins Netz zurückgespeist, schildert Projektleiter Mohamed Shah, der Wiener Zeitung, die Problematik. Mit unserer Anlage wird es möglich sein, auch während der Wintermonate einen ganzen Haushalt zu versorgen, erklärt der Schüler weiter und sogar mehr. So, im Sommer, in Summer, Dativ, da der Tag so lange ist, so the days are very long, and there is a lot of light, Licht, da gibt es diese Solarpaneele, es gibt zwei Schreibweisen, und zwar entweder mit Doppel-E oder nur mit einem E, die Solarpanels, und produzieren, Synonyme werden herstellen oder machen. Und entweder oder, either or, etwas verschwenden ist to waste, weiterverkaufen to sell it, or to put it into this energy net, einspeisen, zurückspeisen. Dieses Wort gehört mit Energie in Kombination und bedeutet hier, einspeisen is to feed it in. So, etwas schildern bedeutet to tell it in details. So, he tells the details of the problematic. Mit unserer Anlage, die Anlage ist a facility, wird es möglich sein, So, it will be possible, während der Wintermonate. So, during the winter months, and this is also mit Genitiv. Und man kann einen ganzen Haushalt, also Haushalt, den Haushalt versorgen to supply. Jemanden, Akkusativ, versorgen. So, explains the school kid, the pupil. Power, paste, absolut, neuartig. So, hier sehen wir das Team, das jetzt an diesem H2 Charge mitgearbeitet hat. Die Power, paste, ist absolut, neuartig. Hauptbestandteil ist eine ungiftige Substanz namens Magnesiumhydrid, in der Wasserstoff in einer sicheren Form gespeichert ist. Die Technologie basiert auf der chemischen Reaktion zwischen diesem Magnesiumhydrid und Wasser. Bei der Reaktion entstehen Wasserstoff und Magnesiumhydroxid als einziges ungiftiges Nebenprodukt. Die Hälfte des erzeugten Wasserstoffs besteht aus dem zugefügten Wasser. Dessen Erzeugung mit der Powerpaste ist hochdynamisch, während das Material selbst sicher im Umgang ist. Die Stromerzeugung erfolgt in einem vollautomatischen, Brennstoffzellen-basierten Generator. So, wir sehen das hier anhand dieser Grafik veranschaulicht oder repräsentiert dargestellt, wie dieses System funktionieren soll. So, die Powerpaste ist absolut neuartig, so absolutely new. Hauptbestandteil, der Bestandteil, wo haben wir ihn, ist die Komponente. So, it's a part. Giftig would be toxic, ungiftig ist untoxic. Dann gibt es dieses Magnesiumhydrid. Und in einer sicheren Form, hier haben wir in welcher Form, Dativ, die Form, also deswegen einer. Hier haben wir die Tabelle 1 von der Adjektivdeklination und hier die en-Endung, typisch für die Tabelle 2. So, this technology is based on, basiert sein auf, a chemical reaction between, eben Magnesiumhydrid und Wasser. Und bei der Reaktion, bei ist wieder mit Dativ, entsteht, so gets created, this water, also Wasserstoff, wir haben das auch hier schon, Hydrogen und eben Magnesiumhydroxid. As only, als einziges, ungiftiges Nebenprodukt. Wir haben hier das Produkt, deswegen hier die es-Endungen. Side product. Die Hälfte des, so half of, des Erzeugten ist wieder ein Genitiv, bestehen aus, to consist, out of, zugefügt means added und dessen Erzeugung, hier haben wir wieder einen Genitiv, mit der Power-Paste Dativ, ist hochdynamisch, so it's highly dynamic, während, during, während das Material selbst, so while the material itself is very secure in the Umgang. Habe ich auch aufgeschrieben, hoffe ich zumindest, wo ist der Umgang, so in the way how to deal with it, ja, der Umgang hier. So, was haben wir noch? Die Stromerzeugung, the creation of energy, erfolgt, so it's fully automatic. Und wir haben hier das Wort Brennstoffzellen basiert. So, der Generator, also Generator of something. Und wir haben das Wort, die Brennstoffzelle, ist the fuel cell. Gut, noch kurz der letzte Abschnitt. Genau dieser Herausforderung stellen sich nun die fünf Mechatroniker Mohamed Shah, Maximilian Hirdina, Daniel Lueger, Tobias Laun sowie Fabian Reicher. Sie bauen im Rahmen ihrer Diplomarbeit ein System, bestehend aus einer Steuereinheit, einer Brennstoffzelle, einem Wasserbehälter, einem Reaktionsbehälter und einem Powerpastenbehälter. Wie mit einer Kartusche wird das Zahnpasta-ähnliche Material in den Reaktionskessel gedrückt. Über einen Schlauch wird Wasser hinzugefügt. In Folge entsteht Wasserstoff, der über die eingebaute Brennstoffzelle letztlich den Strom erzeugt. Diesen wiederum lassen sie in einen Akku fließen. Herausforderung ist a challenge. Sich einer Herausforderung stellen, sich jemandem stellen, ist to face something und mit Dativ. Die fünf Mechatroniker, okay. Und sie bauen im Rahmen. Rahmen ist Frame und im Rahmen, habe ich hier auch notiert, ist auch mit Dativ und as part of, so im Rahmen der Diplomarbeit, ein System, so a system based on or consisting out of, bestehen aus. Man hat eine Steuereinheit. Das Steuer ist actually, auch wenn man mit dem Auto fährt, hat man ein Steuer, so it's a steering wheel zum Beispiel. Und hier ist die Steuereinheit, is a control unit. Brennstoffzelle, das Wort haben wir auch vorhin schon erklärt. Das war die Fuel Cell. Und der Behälter ist a vessel or a container. Und da gibt es drei verschiedene Behälter. Und eine Kartusche. Eine Kartusche hat man auch in einem Drucker. Zahnpasta ähnlich, so it's alike to toothpaste. Und man drückt das to press or to push it into einen Kessel. So it's another word for kettle. Und der Schlauch, so it's like a pipe or a hose, mit diesem Schlauch fügt man, so you add water. Als Folge, as a consequence, this hydrogen is created. Und letztlich, so at the end, finally, this electricity gets produced. Und wiederum lassen sie this energy to let it float into this Akku. So, wiederum on the other hand, it goes back into the battery. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war heute ein relativ technischer Text. Ich hoffe, das erreicht dieses Mal auch ein paar Männer. Und ist vielleicht interessant auch für Frauen, die im technischen Bereich arbeiten. Und es ist ein super Thema, weil energieeffizient zu sein, neue Ideen zu haben, das zeigt einfach, wie viel Potenzial in unserer Jugend steckt. Und wie wichtig es ist, junge Leute zu fördern. Also, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr heute mit dabei wart. Bitte empfehlt mich weiter. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal. Ich danke euch recht herzlich. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020